Frau Müller, ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen. Tschüss und schöne Grüße an die ganze Kita. Ja, danke schön. Seit zwei Jahren moderiere ich Erziehungsratgeber für kirchliche Einrichtungen. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Manchmal weiß ich aber auch keine Antwort auf die Fragen der Hörerinnen. Gott sei Dank weiß ich, wo ich die dann finden kann. Auf CorbiWiki. Informationen, persönliche Erfahrungsberichte und spannende Ideen. Das alles gibt's hier mit ein paar Klicks. CorbiWiki. Einfach eine gute Idee. CorbiWiki. Die interaktive Bildungsplattform in der Erzdiözese München und Freising. CorbiWiki. Eine gute Idee.